kleine mongole du gut ich mach dabei mal weiter so wir sind hier in der scheiße es baut da ne treppe hin flo ich will wieder hoch fabi ist online dann soll er auf dem team dann soll er auf dem teamspeak kommen das ist jetzt das gute du kleines grütze kind du kannst du nicht schlagen stimmt jetzt genau du hässliches kind du du bist creative mode stinkt ja die habe ich schon ja aber leider nicht in der aufnahme doch mark hat angefangen da hatte ich gehälfte gott wie ich das dann verkack ist das schlecht nein und da komme ich die leiter nicht hoch ach man flo du bist immer noch gewählt def mode bist du runtergefallen jetzt gehe aus dem creative mode raus also nils ich ja du ich kann dich nicht schlagen also bist du creative mode flo kann ich schlagen er ist creative nein alter wie das immer 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 gott weißt du was marko immer feck dich ja weil du von unten auch kilometer weit schlagen kannst du von oben kannst du keine fünf meter weit schlagen fick dich flo und es geht weg ich will dich nicht mehr sehen wo ist die einfach alte ist die einfach die kann ja mal gar nichts die challenge ich musste am bett bauen sind zwar nicht immer woanders ja dann verreckt halt nicht ich habe keine schuhe an tu halt einfach äh äh slash spawn point nee warte oder was nein spawn point da geht der eine upsala da ist der nils der nils da hat jetzt einer geschrieben fahrwerk geschrieben hier auf ja kommt halt einfach in den server rein ist doch scheißegal schreibt mir eben einer dass er einfach reinkommen kann ja dann schreibt halt die challenge frage ich nicht so gern die challenges b flo ernsthaft jetzt jetzt mach halt mal ist doch mega einfach sogar nils hat die geschafft nein ich meine nur mit deiner mit einer pfeife da als nase kannst du es ja wie die nase so da man selbst eine pfeife kann ich nicht schlagen kann er mich nicht schlagen ach so du kriegst mich ja aber nicht runter oder weg so jawrrr hi fabi Nein Hallo Wir nehmen Mycroft auf Ey wie du kannst kommen Ja der war so laut ey Dann stell die noch leiser Ich schaff den ersten Spruch nicht Boah! Gott wie schlecht bist du eigentlich Am Re Amen Was machst ihr hier unter die Rede oder was? da wollte ich na Philipp? NEIN! Geh da weg! NEIN! Das ist doch alles kurz zu verziehen! Oh mein Gott! NEIN! 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 Mir reicht's jetzt! Ach man! Ich seh nicht! Dann lernt zu sehen! Das ist doch ne Scheiß challenge, Alter! Jetzt steht der Mist auf! NEIN! Hehehehe! Marco darf durch! Achso! Warum darf Marco durch? Weil ich aufnehme! NEIN! Was ist los? Timed out irgendwie! Fabi oder so! Keine Ahnung! Ja Fabi! Leute! Das ist doch alles kotze was ihr hier macht! Ja! 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 NEIN! Ich war schon fast ganz... Ich war schon da oben! Boah ich mach die Scheiß Challenge jetzt im Game Mode ey! Boah ich mach die Scheiß Challenge jetzt im Game Mode ey! Nein! Aua! 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 Angst! Wer steht denn hier drin? Deine Mutti! Boah! Dankeschön! Alter! Steh ich zu weit vorne! Boah Flo, das Bad picket mich an! Was willst du jetzt hier? Das will ich sehen! Das steh ich mir grad ein bisschen an! Nein! Warum kannst du nicht noch ein bisschen an! Nein! Alle weg! Ich geh da mal hoch! Jawohl! Nein! Weißt du mal! Okay! Wir lassen das jetzt! Okay! Ich geh jetzt weg! Ja! Da kann ich dich besser runterschlagen! Ich weiß nicht! Das war Philipp! Philipp! Gemeinsam gegen Philipp! Ja! Danke! Ja! Alter! Wie er mich immer noch erwischt! Die Reine! Ich kann das! Jetzt fliegt er da hoch! Ja natürlich! Was ist los? Ey! Das ist unfair! Du bist im Game Mode! Da können wir dich nicht wegschauen! Entschuldigung! Jetzt nicht mehr! Und keiner kommt hier! Oh Mann! Boah! Das war zu! Und keiner kommt hier! Alter! Das ist der erste Versuch! Bei dem Teil war voll geil! Aber jetzt! Alter! Kick ihn bitte! Alter! Jetzt wollte ich gerade weitermachen! User joined your channel! Nein! Du bist nicht! Ich! Doch bist du! Doch! Ich will das Bett! Das war Philipp! Ich will jetzt weitermachen! Ja mach doch! Ja Flo lässt mich ja nicht fick mich! Ja! Du schlägst hier rum! Wer springt da? Flo bist du das ne? Und der Flo der macht das! Der Flo du musst da durchrushen! Du musst da durchjumpen! Ja! Ja! Sonst! Also du kannst eigentlich bis zu dem Sprung hier durchjumpen! Ja! Also Marco kann das! Ja! Jeder kann das! Oh! Und der Rest ist ja easy! Boah Flo! Ich hör doch jetzt schon auf! Ich spiel noch an meinem Einstellungen rum! Wenn dein nötig ist! Ja! Das hätte ich jetzt eigentlich auch erwartet bei Marco! Fuck! Nein! Ich will Nils runterschlagen! Ich komm nicht mehr hin! Ich bin von selbst runtergefallen! So! Ich schau euch jetzt einfach zu! Ich muss irgendwas auf die Steuerung Taste drauflegen! Weil da tu ich ranzoomen! Weil es Optifine jetzt auch für 1,7,10 gibt! Einfach was drauflegen! Und ich hab hier einen geilen Croissant neben mir liegen! Hurensohn nicht gesprrrr- Ich stehe auf dem Balkon und tu ein bisschen essen! Wer die jetzt springt! Bei deinem Hasen oder was? Ja! Ist noch mal ziemlich krankbrauchen! Ja! Heute war ja Wetter! Gleich pornösstens scheiße! Boah! Boah! Ja! Ja! Boah! Ja! Ich springe über den ersten drüber! Ich springe über den ersten drüber! Ich springe über den ersten drüber! Ach! Ich bin gesprungen! Aber halt so spät! Dass ich über den ersten drüber gesprungen bin! Geil! Scheiße! Fluch spring nicht weit genug! Soll ich den Schubs geben? Das ist ja wieder richtig geil heute! Jawohl endlich! Alter! So jetzt könnt ihr Zuschauer mal euch verfolgen! Weil ich hab ne Flasche auf die Steuerung-Taste gelegt! Ja! Wo ist Philipp eigentlich? Nein! Der eine Sprung ist assi! Ey! Wie soll ich denn jetzt hier hochkommen? Wie ihr Spaß fühlt? Von vorne wieder? Boah! Der Mapbesteller ist behindert! Der Mapbesteller ist behindert! Ich mach da ne Treppe rein! Ja! Aber ehrlich! Weil das fuckt mich voll ab! Wenn ich da so weit komme! Und dann falle ich runter! Und dann darf ich erst mal 10 Minuten hier den Berg hochmarschieren! Ja! Ja! Was?! Nein! Zu kurz gesprungen! Eine Minute Jumps! Zehn Minuten da wieder hochkommen! Ja! Das ist das Stimme! Boah! Hey Nils! Ich hab's auch geschafft! Ich bin zu weit gesprungen! Nein! Der Sprung geht nicht! Doch! Ich hab den vorher schon geschafft, aber... Ja, aber wie?! Ja, mit durchrushen! Mit durchrushen! Das hätt ich sehen! So, das ist so ne geile Klaus-Done-Trippel da! Hm? Mach! Und dann bleibt der stehen! Hey, Flo! Aber das geht noch weiter! Komm Nils! Ich hab das vorhin auch mit durchrushen geschafft! Nein! Ich hab den bis jetzt ein fucking Mal geschafft! Guck ich springe mal drüber! Jetzt, ich wollte es scharf schlagen! Ja, ich auch! Und du standst mir im Weg! Ich wollte es Haus schlagen! Und du standst mir im Weg! Ich war früher, ich stand mir im Weg! Ich war früher, ich stand mir im Weg! Ach ja, schön! Siehst du Nils? Boah, fuck ist das Hassi, Alter! WTF, Philippe, wie machst du das? Ja, äh, Skill! Scheiße! Das ist Hammer! Was? Ich stirb, geil! Ja! Ja! Ey, ich hab Monster-Skill, Alter! Ich bin runtergefallen, Alter! Ey, nach der Folge spielen wir eine Runde Counter-Strike, damit Fabi eine mitmachen kann! Ach so, stimmt! Das ist schön! Das ist lieb von dir! Nein! Boah, das ist so eine schöne Kamera-Aufnahme, ey! Leck mich am Arsch! Bleib bloß dicht! Nils, du! Boah, wie man perfekt eure Inkompetenz anschauen kann! Wie man perfekt eure Inkompetenz zieht, ey! Boah, geh doch die Leiter hoch! Schade! Nein! Jetzt kommt der rein! Ja! 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 Jetzt, ich will den Kampf da sehen! Geh da weg! Boah! Verdammt! Verdammt! Philipp lass es! Wie ich so will! Und jetzt hast du es gemacht? Was? Hast du es gemacht? Ja! Echt? Ich weiß es! Naja, halt so fast den, äh, den... In seinen Träumen hat er es gemacht! Den drittletzten! Den drittletzten habe ich nicht geschafft! Und dann habe ich halt keinen Bock mehr und aufgegeben! Dafür habt ihr jetzt hier so eine geile Close-Down-Trap und keiner benutzt sie! Ja, weil die zwei kommen, ich gebe auch auf! Alter, man, hab jetzt keinen Bock! Ihr habt echt kein Durchhalter-Vernögen! Peatsmeet macht mal drei Folgen in der Challenge! Ja, das können wir uns nicht leisten, weil die Zuschauer dann sagen, ihr geht erst seit Huren-Söhne! Geiler Zuschauer! Ja, ich liebe sie! Scheiße! Boah, doch Sex mit der Leiter dauert das zu lang! Philipp bauen Porter! Okay! Alter, ihr könnt euch mal auf WhatsApp den geilen Screenshot anschauen! Nein! Ich muss jetzt mein Handy in die Hand nehmen, dann muss ich es entsperren! Oh mein Gott! Ja, die Endermeldung ist aber einfach geil! Overwolf ist gegen etwas Schlimmes widerfahren! Medic! Ah, lieber Nutzer, wenn ihr diese Nachricht liest, bin ich schon an einem besseren Ort! Bitte sagt meiner Mutter, dass ich tapfer gekämpft habe und schildere ihr, wie ich gestorben bin! Wir sehen uns nach dem Neustart der App wieder! Hochachtungsvoll Overwolf! Toll! Boah, wie kann man den ersten Sprung verkacken? Wie geht das? Da musst du einfach nur springen! Ich weiß! Jetzt überfordere ihn mal nicht, Alter! Ich habe das nicht gefunden! Ich habe das nicht gefunden! Boah, scheiße! Ich habe das nicht gefunden! Das ist auch gut! Eine neue Benachrichtigung auf Facebook! Geh weg! Facebook stinkt! Bist du auf Facebook Flo? Ja, nur für CSR Racing und das hat es überhaupt nicht gebracht! Doch! Muss ich gleich mal als Freund hinzufügen! Er heißt Flo Playarmy! FFM Playarmy! Nein! Und Philipp heißt DWE Rebos! Ja! Nach einem Buch! Alter, was ne Fotze, ey! Porn Racer Screens! Screens! Den drücke ich mir aus und hänge ihn mir übers Bett! Alter! WTF! Ja, die Fehlermeldung ist doch Hammergeil gemacht, Alter! Was willst du? Ja, deine Mutti ist auch Hammergeil gemacht! Ja! Wo hat sie hier? Wo ist die Herr aus China? Äh! Nein! Hä? Das Jump ist 100% Possible! Ich glaube der Fahrer ist! Nein, der ist wirklich Possible! Ich habe den schon mal geschafft! Ich war dran! Ich habe den schon sehr oft geschafft! Ich war das jetzt mal auch dran! Und dann hab ich einfach... Du musst Steuerung drücken, wenn du dran ist! Fällt mir gerade ein! Huch! Da war ich oben! Ich hab den Block kaputt gemacht! Ich hab den Block kaputt! Du bist so wingerend! Schau mal hier! Pum! 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 Ich bin auch oben, lol! Ja! Das ist ein Porter da unten jetzt! Nein! Boah Philipp, du hast eindeutig zu viel Freizeit! Warum? Mal schnell einen Porter bauen und weiterjumpen! Das Jump ist 100% Possible! Ist ja auch! Du musst Steuerung drücken! Flo, porte mich! Ich dich? Warum? Weil ich hab wieder gespumpt! Äh, Philipp, du bist Game Mode, ne? Nein! Warum konnte ich dich denn nicht schlagen? Na nicht getroffen, keine Ahnung! Ich hab dir voll in die Fresse geschlagen! Also sag jetzt nicht! Gott! Oh Gott! Ich bin schon wieder gestorben! Flo, diesmal bitte nicht aus größer Höhe! Ich hab dich schon teleportiert und sterb ich wieder sofort! Oh Mann! Warum teleportier ich immer andere? Nein, das gibt's doch nicht! Könnte ich den Scheinsprung... Alter, ich bin unkonzentriert, weil man Counter-Strike spielen! Ja da ist es voll gut wenn man unkonzentriert ist! Aaaaaaahhhhhh! Gut, wir sehen was in der nächsten Folge wieder!